Erstmal raus hier. So, Freunde. Wo nun hin? Ja, verarsch mich erstmal, du Nutte. Da rein, alles klar. Äh. Dafür hab ich keinen Schlüssel. Dann will er mit mir da rein, alles klar. Da, 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 da. Ich find das schön, dass es nicht lag bei mir jetzt. Letzte Aufnahme hat er so gelaggt, fand ich. Jetzt geht das einigermaßen. La, 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 la. Nyo. 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 Biu, biu, biu. Wieder zu Hergward? Ne, aber jetzt dahinter her. Oder was? Expecto Patronum. Expecto Patronum. Fick dich. Ah. In dein Gesicht. Und in dein Gesicht. So, wo sind die noch welche? Zack, der nästliche Frisage, Junge. Ich weiß jetzt hin, auf welche rumgeist er. Irgendwo sind sie noch. Ja, oder auch nicht. Dann halt nicht. Warte mal. Kann ich mit nem Besen jetzt fliegen? Nee, ich kann ihn nur... Ich würde... Da oben würde ich ganz gerne ran. Aber da komme ich irgendwie nicht ran. Hey, Grip. Wie geht's dir? Skid ab. Wer legst denn da gerade die Zeitung? Lol. Löffel. 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 Silberschweif. Hä? Oha. Silberschnabel, Silberschweif. Wie ist das für noch? Auf jeden Fall wollen sie's hart köpfen. Und das können wir nicht zulassen. Nein! Oh mein Gott. Wuff, wuff, wuff. Oh mein Gott. Wie soll ich den denn besiegen? Oh mein Gott. Jetzt machen wir Spaß. Wie soll ich den besiegen? Erstmal den Platz für Lauf. Freie Kussup machen. Kann ich mit Termine die Katze? Ja. Achso. Ja. Ähm. Was kann die Truhe? Ja. Boah. Ja, warten. Reinspringen, oder was? Lol. Lol. Oha. Das war die Katze. Noch ne Truhe. Was kann die Truhe denn? Okay, das wird schon mal nix. Au. Hä, was kann ich mit der Hand machen? Es ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was ich mit der Hand machen soll. Hm? Ah. Also doch auf Tre... Äh. Aber wie hat er sich denn jetzt reingeschwungen? Das ist jetzt die Frage, wa? Au. Stampe. Fick dich. Boah, lol. Er ist mal auseinander getrackt. Oh ja. Einmal noch, Biatsch. Und dann kommst du in meine... In meine Sammlung. Zu langsam, Schlampe. Oh ja. So muss das. Wuh. Au. Oh ja. In deinem Gesicht. Fotze. So, jetzt sind wir hart rein da. Nein, Ari, geh nicht ins Licht. Na, zu viel. Äh. Derp. Derp, 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 derp. Ah. Oh ja. Öffne mir den Weg, Schlampe. Ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter springen. Das ist voll nicht cool. Kann ich den direkt packen? Gar nicht. Du hast einen Zauber wechseln, ne? Alles klar. Fick dich. Mal zählen, mal keinen Scheiß hier, wa? So. Okay, jetzt mit so einer Kugel. Loll. Nö. Loll. Jetzt verstehe ich. Ja, nee. Ist klar. Was? Fick das doch. Sieh aus wie so ein Mega-Movement-Man, oder was? Oh, Spaß. Was ist das? Boah, was? Verlangt jetzt aber nicht von mir, dass ich das verstehe, ne? Ja, ich bin doch angekommen. Hölle Sache. Oh ja. Oh. Das war der Zweite. Was haben die denn da? Ein Amboss, oder? Was soll das darstellen? Sieht so aus, ne? Ups. Naja, egal. Oh ja. Oh ja. Läuft. Jeden. Erstmal alles kaputt machen, ja. Was soll ich vor grad sagen? Wuh! Und da ist sogar die letzte Blume, die ich suche. Höh! Bäm! Erstmal ins Gesicht. Ah! Hm. 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 Da f*** Ach so, die sind da um, warum Angst haben Oh ja, erstmal die ganze Stats einsammeln Und nun? Ach so Okay Ah Ah, jetzt kann ich den Tisch, alles klar So, jetzt kann ich eine riesige Gerätschaft Eine riesige Gerätschaft Ach, eine riesige Mausfalle Mit Käse, ja sicher Oh ja Komm raus, Schlampe Du willst es doch Also das ist Sirius Der linke Der rechte Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung Aha Aha Ah 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 Okay, folgendes passiert. Professor Lupus hat sich in einen Wehrwollf verwandelt und Sirius hat ihn von uns weggelockt. Was für uns natürlich gut ist. Also, soviel ich das, so wie ich das immer noch in Erinnerung habe. Sagen wir es ja so. Was haben wir hier? Da sehen wir sie. So. Erst mal den Weg freimachen und dann Treppe bauen. Oder auch nicht. Soll das jetzt werden? Naja. Oh, ich muss sagen, komplizierter ginge es ja auch nicht. Das kann ich knicken. Das kann ich definitiv knicken. Äh. Miau. Geil. Erstmal ein bisschen zu mir hier. Ach, erstmal in die Top-Cross-Roll. Da haben wir es schon mal. Achso. Ey, wieso muss ich den jetzt erst zusammenbauen? Das ist doch... den Arm haben wir hier. Punk. So. Die Schlange haben wir da. rein mit dir so jetzt haben wir drei so eine Bälle ah wir müssen den richtigen mit dem, ja, alles da wir müssen den richtigen, äh, Zahn finden Terry, der nimmt mal einen Schluck ah ja, aber da einen zu kläffen, wa, das geht mir voll auf die Eier so, jetzt können wir den Schalter ziehen jetzt kommen wir da auch hoch warte mal, nimm mal die Katze dann müssen wir ja freibuddeln und freimachen so, und die machen uns bestimmt leider, wa ja, hoch da jep, 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 jep lol weg von mir, Spinnen eigentlich hast du dich beohrgermein Gott, ey Apfel ne am Pilz ja, alles da natürlich, warum auch nicht aber hier okay oh ja, gebt euch ein Küsschen und seid ruhig meine Fresse, ey ich verstehe immer noch nicht, was ich mit diesen Teilen hier machen soll alles, was rot glitzert, erst mal und wir das was südfeuer ah, du, nee, gar nicht was ist das? nicht Harduken, Harduken ist ja das andere erst mal wie so ein notgeller Wolf losgehen, ey komm, wir sind nicht die ganzen, äh Wächter da oh nein nein oh man Mama oh ja, gib mir den Zunkust, hübscher erst mal K.O. gehen oh ja, so muss das ah, drauf geschissen weiter ja hmm oh ja, wir sind immer noch Schmerzen im Bein haben linken Hoden Oder im rechten Huhn, in dem Fall ja. Ich bin Tobi, ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Oh ja, Mr. Universal. Erstmal die Zeit zurückdrehen. Oh, oh, oh. Hm? Hm, hm. Hm? 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 Mit Teekanne, Kürbis, Löffel, Trompete? Hm? 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 Wo kriege ich denn jetzt? Ach, da. Das ist derchen. Gib mir mal Ohren schoner, bitte. Dankeschön. Auch ohne Radio, das ist natürlich doof. Kann ich dich abschießen? Ganz Wahnsinn. Na ja? Halt die Fresse. So. Lord. Komm, 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 komm. Ja, nee, ist klar. Wut, 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 wut. Ja, komm. Ja, du bist schon feiner. Ja, ganz feiner. Was machen wir da jetzt raus? Ach, na, Axt. Ja, nee, ist klar. Oh. Oh, ja, das will ich. Oh.